Hey Finn, bist müde? Ne, kann doch gar nicht sein. Guck, da ist die Niki. Jetzt könnt ihr spielen. Finn ist immer derjenige, der die meiste Zeit anfängt. Finn, gleich gehst du schwimmen. So, weiter geht's. Lauf. Ja, nun lauf, weiter geht's. Ihr wartet auch, bis das Frauchen geht, ne? Niki, weiter geht's. Seid ihr dumm auf dem Ohr? Ja. 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 So viel Eintracht ist ja schon richtig verführerisch. Ja. Es ist schon schlecht, weil man im Wald so wenig Holz hat, dass sich die beiden einen Stock teilen müssen. Der war dann wohl doch ein bisschen zu groß. Ja. Ja.